Fuck. Oh. Toll. Toll. Sehr schön. Und was soll ich jetzt damit, bitteschön? Kann mir das mal jemand erklären? Hallo? Disco 100's Pogo Minecraft and more. Let's play with us. Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Let's Play Minecraft. Ähm, wie immer in der Welt alles neu mit meinem Tektor-Pack. Wisst ihr ja sicher langsam. Und, äh, wir, ähm, in der letzten Folge wurden uns leider ein paar, zwei Hunde, waren das glaube ich, waren das zwei? Ich glaube. Ja, waren glaube ich zwei Hunde, wurden uns leider in der letzten, oder wurden mir leider in der letzten Folge gekillt von den Monstern. Ähm, ich hätte sie in meinem Haus lassen sollen, aber ich mach's jetzt einfach. Ich lass die jetzt einfach immer die Nacht über in meinem Haus. Also, sitz und dann bleiben die da auch schön. Hübsch. Ähm, so. Wo waren wir stehen geblieben? Achso. Ähm. Wieso das jetzt so leckt, kann mir auch keiner sagen, oder? Ah ja, jetzt, jetzt läuft es. So. Oh, da ist noch ein Hund. Ah, 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 ah. Den müssen wir uns sofort holen. Ich hab die Nummer leider vergessen von dem Item. Hab ich leider vergessen von dem Knochen und, ähm, ich guck mal nach. Schau, bin gleich wieder da. Die ID ist 352. Okay. Geh. 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 You have not permission to set this comment. Was soll der Scheiß? Man, der Hund haut schon auf. Geh. Muss ich da nochmal einen Namen? Loopers. Loopersmon2. Ey. Web.de. Das muss ich immer so eingeben. Keine Ahnung. 352. Geh mal. Acht mal. Wo? Oh, letztes Mal hat er, das wisst ihr doch. In der vorletzten Folge hat das doch geklappt, oder? Ähm, also, jetzt weiß ich echt nicht. Give? Ach so. Ich weiß zwar nicht, woran das gelegen hat, dass das nicht ging mit dem Give. Ähm, das weiß ich zwar nicht, aber ich habe in meinem Haus noch ein paar Knochen. Zum Glück. Weil ich den jetzt noch erwische, habe ich Glück. So, und ich bleibe hier mal schön sitzen. So, ähm, in der letzten Folge hatten wir uns ja auch Lederstiefel und Lederhose und so gecraftet. Ich nehme mal jetzt vier, reichen ja immer für den Mund. So. Vier. Das, ich, ähm, sonst wenn ich gekillt werde, dann verliere ich Knochen, weil ich habe ja jetzt, zwei habe ich dann auch in meiner Truhe über. Sechs waren es, glaube ich eben. So, Hundi. Jetzt, äh, zeig dich mal. Schnuffel, schnuffel, hallo. So, jetzt müssen wir nur noch diesen süßen Hundi wiederfinden. Es wird etwas schwierig werden. Ich glaube, die gehen nicht in der Nähe so gerne von Kühen, aber er ist, glaube ich, hier lang gelaufen. Wir finden ihn bestimmt gleich. Fressen möchte ich langsam auch mal was, aber ich habe ja zum Glück, die Hunde können auch schwimmen. So ein bisschen, also, kann ja, weil er kann überall in dieser Welt sein. Er ist schon über alle Berge. Vielleicht finden wir ihn ja zwischendurch irgendwann mal nochmal und dann... Naja, jedenfalls, ich könnte mir noch eine Lederjacke holen. So, komm her, Kuh. Boah, ist die Lärm. Ja, Fleisch, 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 da hinten sind noch mehr Kühe. Ho, 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 oh, mir fällt gerade auf. Es wird Nacht. Scheiße. Oh, ich war gerade noch. Ist sie tot? Boah. Okay, habe ich mein Leder eingesammelt? Sieht so aus. Brich das erstmal in mein Haus, weil... Jetzt könnte es riskant werden, nämlich... Dam, 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 da. Die Nacht kommt, oder besser gesagt, es ist schon Nacht. Ihr seht zurzeit keine Monster. Oh, da ist schon ein Zombie. Okay, aber bringen wir unsere Sachen jetzt hier alles erstmal ran. Auch die Knochen. So. Oh, dann ist es ja wohl schon wieder so weit, dass... Ich mir vielleicht die Lederjacke machen könnte. Könnte. Dann ziehe ich alles an, dann bin ich gut geschützt. Okay. Jetzt kriegst du was auf die Klappe, du Zombie des Todes. Da, da, da. Boah, bist du harmlos. So, so, so. Boah, ich sollte mir mal... Ich habe doch im Haus eine Steinachst, oder nicht? Die hole ich mir jetzt erstmal. Oh, schieße. Da lüpft den Creeper rum. Da lüpft den Creeper rum. So. Habe ich hier nicht irgendwo noch... Boah, fuck. Ich habe... Aber ich habe noch Holz. Damit kann ich mir das hier craften. Hole ich mir erstmal ein... Oder ein Schwert hole ich mir. Da, da, da. Hole ich mir erstmal ein paar. Da, 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 da. So, ähm, jetzt brauche ich mir ein paar Stickies. So. Ähm. Da, 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 da. Hä? Da, da, da. Hä? Ich kapier's nicht. Bisschen ist ein bisschen los. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Das... Hä? Es haltet mich bloß nicht für dumm, ne? Da sie nicht wüsste, wie man ein Schwert craftet im Moment. Bedauerlicherweise nicht. Moment, ich habe das alles verwechselt. Da, da, da. Das ist... Achso. Räumen die so. Boah. Mann, eigentlich bin ich gut in Minecraft, aber das, ähm... Aber kurz fiel mir das nicht ein. Oh, scheiße. Ich habe ja noch mein Holz in der Hand. Damit gehe ich natürlich nicht raus. Meine Stickies lasse ich am besten auch mal drinnen. Nur das Nötigste, was ich so am nötigsten brauche. So. Ah, ein Griff! Oh, scheiße. Da ist so ein, äh, Skelett. Oh, gleich zwei Spinnen. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Naja. Geht trotzdem. Fix. Sag mal nicht noch diese komischen Staubdinger ein. So. Mit dem Spinnenauge können wir uns, glaube ich, nur Suppe oder so machen. Irgendwas jedenfalls. Oh, ich habe die Tür aufgemessen. Oh, entgegen. Das kann ein Ohrglück gibt. Gut, ich bin glücklich. In der Nähe jetzt hier sind auch nicht Monster. Ich denke auf normal. Sonst wird es ja einfach zu... Äh, sonst finde ich, wird zu pippig. Also normal. Die Monster werden neu gespawnt! Ah, ah, ah. Creeper, Creeper, Creeper. Hilfe! Boah, scheiße. Okay. Geh hier ruhig in den Klus. Okay. Wunderschön. Und jetzt explodier. Ja, mach, mach. Kannst hier ruhig explodieren. Mach. Hä, 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 hä? Von wegen kannst hier ruhig explodieren. Boah, OMG. Von wegen. Boah, ich hole mir jetzt mein Schwert wieder. Dieses A-Loch. Da ist das Schwert! Aha. Ich hab mein Schwert wieder. Ich dachte, der Creeper, der sprengt mich nicht weg. Das dachte ich wirklich. Zum Glück habe ich einen Lebenspunkt jetzt so ein bisschen wieder. Ähm, das ist ja schon mal gut. So, sammeln wir ein paar Knochen für die Hündchen. So, so. OMG. Das merke ich jetzt erst, wie ich auf meiner Tastatur rumhimmere. OMG, wie geil. Ich hab ein Skelett getötet! Oh, mein Holzschwert geht langsam kaputt. Oh, da ist ein Herr Zombie. Oh, hol mich doch. Pech gehabt. Pech gehabt. Oh, ich sollte da mal eine Eisentür hinmachen. Mach der die Tür kaputt? Oh, das ist ja gut nicht. Ähm. Gut. Ähm. Holen wir uns noch ein zweites Holzschwert. Tralali und Tralala. Ein zweites Holzschwert. Tralala. 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 Oh, Stickies hab ich ja, glaub ich, noch. Ja, 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 lustig. Äh, ja, ich hab noch welche. Dickies, Dickies. Da. Tralali, Tralala. So, unten, Stöcker wieder. So, und oben. Äh. Boah, ich vertu mich damit immer. So, jetzt hab ich ein Swerd. Tralali, Tralala. So. Das wieder in die Truhe tun. Lalalala. So, und weiter kämpfen. Angriff. Den kann ich so. Dann sieht das etwas schöner aus. So, OMG. OMG. Da ist eine Spinne und ein Zombie. Wie soll ich die denn jetzt? Okay, das krieg ich schon hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, die Spinne ist schon mal tot. So, gut. Gut, 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 gut. Ich sollte mal jetzt langsam... Oh. OMG, mach die Tür zu. So. So. So, die Leben werden aufgefüllt. Bla, 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 bla. Oh, ja. Tut das gut. Endlich neue Leben. Und du, haha. Was machst du denn da? Oh, er fängt an zu brennen. Oh, ich könnte da mal eine Druckplatte hinmachen. Vielleicht wäre mal ganz cool, irgendwie. So. Äh. Wie geht eine Druckplatte? Äh. Äh. Druckplatte. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie man die macht. Druckplatte. Die kann ich auch noch. Ah, das ist schon mal eine Falltür. Okay, zwei Falltüren. Okay, ähm. Ähm. Wir kommen der Sache näher. Oh. Ein Boot. Beim Rumprobieren kriegt man auch mal Sachen hin, wo man noch gar nichts weiß, wie man das macht. Äh. Also im Moment habe ich jetzt gar keine Ahnung. Wie man eine Druckplatte macht. So, ist die gleiche. Na, egal. Egal. So, let's go. Es ist Tag. Da, 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 da. Und der Dingsbums, äh, Dingsbums, äh. Der Skelett, ähm, hat ein, uns, boah, hat uns einen Knochen hinterlassen und, oder zwei Knochen, besser gesagt. Und hat uns auch so ein Pfeil da gelassen. Das ist wunderschön. Dankeschön, Skelett. So. Holen wir uns. Äh. 2, 1, so. Und jetzt tue ich das erstmal da wieder rein. Das geht sowieso gleich kaputt. und, ähm, gehen wir auf der Suche nach Hunden oder Wülfen, wie ihr es auch immer nennen wollt. Naja, vielleicht begegnen wir. Ähm. Vielleicht könnte ich da oben irgendwas noch Schönes drauf bauen auf das Dach. Aber im Moment weiß ich noch nicht, was ich da drauf bauen soll. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben unten. Äh, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich da oben vielleicht noch Schönes auf mein Dach drauf bauen könnte, weil da habe ich jetzt extra so eine schöne Leiter und irgendwie, ja. soo Küchen. Ja, warum es haftet erzählt Cowboy? Ähm. Haja, ich bin Cowboy. Boah, jetzt hau ich nur mit der Blume. Boah, ich hole. Da ist ein Schaf, eine gute Gelegenheit, um mir noch ein Stück Wolle zu holen. Töte ich erst mal diese blöde, dumme Kuh hier. So, die ist tot. Das Schaf ist gleich tot. so, 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 ladies and gentlemen, juhu, und wir steigen ins zweite Level auf. ja, da ist noch ein, ein, ähm, Schaf. So, Schäfchen, wenn ich dich noch habe, können wir, kann ich mir ein Bett bauen. Ist vielleicht nicht sehr hilfreich für dich, aber für mich. Kann ja sowieso nicht mehr hilfreich für dich sein, weil du dann gestorben bist. Habe ich das nicht eingesammelt, mein Stück Wolle? Oh, doch. Jetzt. Kann sowieso nicht mehr hilfreich für dich sein, weil du dann tot bist. Ja, sie ist jetzt tot. So, in meinem Haus, da kann ich mich nämlich, das weiß ich noch, wo bin ich jetzt OMG überhaupt? Ach so, bei den Kürbissen. Daran merke ich mir das immer. Aber die sind von Natur aus, die habe ich dann nicht hingebaut. Die waren da schon von Anfang an da, die Kürbisse. Wie ich die Welt gespawnt habe, die habe ich dann nicht hingebaut. Ja, schöne Natur, schöne Landluft. So. Ja, das machen wir erstmal hier weg. diese Gräser hier. So. Und, ähm, machen uns ein Bett. also, tun wir es erstmal dahin. So, ähm, die Samen zu den Samen, die Knochen zu den Knochen, das Leder zu Leder, die Blume zu, da. Okay. Ähm, sechs. so, da, 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 ein Bett ist fertig bestellt. so, stellen wir das mal gleich irgendwo auf. Ähm, da, da, wo, da, wo, am besten hier in die hinterste Ecke. Habe ich eben viel Bock drauf? Hallo? Hallo? Wieso baut der das bitte schön da nicht hin? O-O-M-G. Was geht da irgendwie nicht hin? Da. Deswegen, weil das Kopfende, das, man muss sich ein, äh, Dings, irgendwie Platz lassen. Keine Ahnung. Wieso? So, gehen wir, ich weiß nicht ganz genau, wie man sich eine, äh, eine, äh, Leder, 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 ähm, Jacke macht, aber, Lederhose, äh, äh, was habe ich da? Gar nichts. Ähm, ähm, äh, na egal. Das gucke ich irgendwann nochmal im Internet nach und dann haben wir irgendwann so eine schöne schnuckelige Lederhose. Im Crafting bin ich eigentlich eigentlich ganz fit, aber diese, diese Feinheiten, also diese, also diese, also hier zum Beispiel, wie die Leder, Leder, ähm, wie der, die Lederjacke, ähm, weiß ich nicht so genau, ähm, ähm, aber, aber, ja, aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass jetzt, ähm, Gronkh oder so auch alle Befehle im Crafting kennt, also zum Beispiel Spawn, ähm, jetzt mal Spawn, Spawn, ähm, Spawn, ähm, Spawn, ähm, überlebensmodus Crafting, aber so ein Ei, das weiß, glaube ich, keiner so richtig genau. Ich werde den mal auf Schliche gehen. Oh, da ist so ein, so ein, ähm, schwarzes Schaf. Und da, das ergibt schwarze Wolle. Schwarze Schafe sind sehr selten, finde ich. Da sind weiße Schafe eher seltener. Oh, ich brauche mal bald zu, was zu fressen. Und, ähm, ich glaube, ich sollte nicht so oft springen. Das verbraucht Kalorien. So. Ich frage mich, wenn ich die schwarze Wolle, auch, ähm, über, äh, wenn ich jetzt drei schwarze Wolle habe und, ähm, wieder die schwarze Wolle über das, ähm, das Holz lege, ob ich dann irgendwie schwarzes Bett oder so irgendwie kriege, oder ob es auch so ein ganz normales Bett wird. Das frage ich mich. Naja, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch, ähm, drei schwarze Schafe getötet. Dann können wir das Experiment hier mal starten. So. Ähm, oh, ich sollte in mein Haus gehen. Und die Wolle schnell reinbringen. Boah, OMG, wo ist jetzt mein Haus? Ich raste aus. Ich raste sowas von aus. Ach so. Hä? Da sind die Kürbisse. Ach so. Da. Nein, komm mir nicht zu nah, du dummer Creeper. Ich fühle mich gemobbt. Das hörte sich gerade behindert an. Ich weiß. Und jetzt schnell weg hier. Bevor uns der Creeper einholt. Oder die... Ist der Creeper noch hinter uns? Das frage ich mich. So, schnell hier rein. Alter! Boah! 41 Punkte stand, das war schon ziemlich gut. Also zweites Level ist jetzt nicht gerade so prickelnd, aber sag ich mal, bitte, dass nicht unser Hund gestorben ist! Wie kommen die hier bloß um Gottes Willen immer in das Haus rein? Ich hab doch die Tür zugemacht. Hier, mein ganzes Haus offen. Boah, jetzt sammle ich erstmal meine Sachen wieder ein und baue mein Haus. Das gibt's doch nicht! Nein, nein! Boah, ist mir jetzt auch egal, wenn der mich wieder abschlachtet. Nein, das tue ich nicht in der Truhe, aber das... Ist mir doch jetzt egal, wenn der mich nochmal haargegenseitig abgeschossen. Dumm. Dumm. Ihr Dummkopf. Ist auch nur ein Knochen. Schade, kein Knochen übergeblieben. Oh, ich krieg wieder so ein paar Lebenspunkte zurück. Wow! Wow, wow, wow! Hundi? Schlacht mich ruhig ab, du Hurensohn! Okay, mich be- Boah! Langsam reicht's mir. Wenn ich jetzt einfach mal Times a Day sagen könnte, aber dann steht da Times... ähm, äh, you have not permission to set this comment. Guck. Guckt euch das an! Das heißt, ich habe keine Erlaubnis, diesen Comment zu setzen. Boah! Na, ganz toll! Ganz toll! Ganz, ganz, ganz toll! Applaus, Applaus! Ja, Applaus, Applaus! Boah! Es kann doch nicht wahr sein. Boah, jetzt töte ich dieses... Schwein. Habe ich gerade dieses Schwein gesagt? Nö, passt. Hä? Hä, was ist das? Ach so, der Schießer da wieder. Boah, toll! Noch ein Hund. Äh, 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 eben ist doch der Hund gestorben. Ich... Wo kommen, um Gottes Willen, diese ganzen Scheiß-Creeper her? Puh. Wo kommen, OMG, die ganzen Creeper her? Da sind ja tausend Creeper. So. Und jetzt baue ich wieder mein Haus auf. Habt ihr Pech gehabt, ihr? Wow! Ha, du kommst hier nicht rein. Du bist da im Gehege... Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow! Ich wollte da gerade... O-M-G, ich greife dich jetzt sowas von an, du... Boah! Scheiße, dass ich kein... Boah! Ich... Langsam reicht's jetzt aber mal. Ich will mein Haus wieder herstellen. Wieso bin ich da nicht schon früher OMG drauf gekommen? Wieso schlafe ich nicht einfach? Boah! Boah! Ich will nur ins Bett, du... Homo! Nein! Das meine ich nicht. Ich meine... Achso, ich dachte schon, mein Bett wäre weg. Boah! Ich will schlafen! Lasst mich schlafen! Lasst mich schlafen! Lasst mich pennen! Lasst mich pennen! Bis zum Abend! So! Und jetzt... Lasst mich pennen! wie können die leben omg so schnell runter gehen ich sollte von der anderen seite kommen wenn jetzt noch ein creeper da ist dann schlachte ich den sowas von so so du ich will nur ins bett du ich will dir nichts tun ja ist schon gut schlachte mich ab bevor ich dich abschlachte du immer werde ich von diesem scheiß skeletten oder entweder creepern getötet so so gib mir das bett gib mir das bett ich habe keine armst boah jetzt ist so eine scheiß spinne hier auch noch immer diese dummen wieso komme ich da omg nicht hoch ja töte mich ich will nur wann ist die nacht vorbei wann dann ist sie vorbei oh es dämmert das heißt aber noch nicht dass noch lange nicht dass die monster weg sind so du kannst jetzt nicht schlafen es sind monster in der nähe oh das wusste ich noch gar nicht dass sowas geht boah also das diese nacht man boah ist jetzt mir sowieso egal ich bleibe hier stehen nützt ja sowieso nichts wenn okay jetzt ein ganz kurzer cut cut so und es geht weiter das war nur ein winziger cut aber ich werde jetzt mein haus wieder auffahren damit das mal klar ist und du spinne gehst jetzt erstmal weg und suchst dir ein hobby okay such dir ein hobby mach irgendwas okay let's go wenn ich meine holzstücke wieder finde da muss ich hier alles neu abkloppen holz naja zum glück habe ich jetzt noch erde damit ich das da noch ein bisschen auffüllen kann aber das hilft uns auch nicht viel weiter so ein paar holzstücke so ähm hallo na egal hat mich nicht gesehen okay gut fall bloß nicht hier rein ne ich mach jetzt erstmal das dach zu damit mich nicht noch mehr kreaturen gestalten was sie auch immer sind und angreifen werden boah ich muss ja erstmal huuuh uuuh diese creeper die killen mich irgendwann noch uuuh ich meine sie haben mich schonmal gekillt so ähm hatte ich hier auch nein ich glaube ich hatte hier nur hochgezogen ja jetzt hat er auch automatisch ich mach da mal unter fülle fülle runter ähm also und bauen 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 er hätte eigentlich Erde hingehört aber scheiß drauf das ist mir jetzt auch egal boah oh einer sollte ja noch ja wo mache ich wo mache ich am besten die Tür hin wollte ich die denn hier oder da ich glaube hier mache ich sie hier hin naja da muss sowieso nein da muss da muss dann von oben Dose Dose so wie geht nochmal diese beschissene ähm die Tür umg wie geht ne Tür also mit diesen sachen kenne ich mich ähm nicht gerade so so ähm so 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 das ist eine oh ich werde es nie äh wie geht so ich muss mich daran erinnern einfach ah yeah oh ja es ist geil yes 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 ach mein Gedächtnis lässt mich nicht im Stich so Tür auf Tür zu Tür auf Tür zu schönes Spielchen ähm hier wieder hier wieder weiterbauen weiterbauen na egal wenn du sie noch oder die könnte ich gleich mit mit ähm Dingsbombs auffüllen ähm mit 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 Erde ähm so na egal hätte ich auch da ähm boah muss ich jetzt auch noch Holz abkloppen gehen das kann doch wohl nicht wahr sein ach nee Junge Junge oder ich fülle das am besten erstmal mit Stein auf äh äh hab ich gerade Stein gesagt ich meine meine Erde mach das hier erstmal wieder alles in Ordnung muss ich da nicht auch nämlich auch nicht mehr drum umhopsen wie sonst was boah wie kann ein Haus nur so zerstört werden na egal oder ich mach's dazu so wäre geil wenn da jetzt wieder Rasen wachsen würde aber oder nee da muss ich ja erst dann sagen oh ich hab keine Erde mehr da muss ich mir von irgendwo Erde holen wenn ich hier rauskomme ist ja mal wieder ganz toll organisiert ne ja ganz toll organisiert ne boah so jetzt hole ich mir egal von wo von irgendwo hole ich mir ein paar ähm Dinger Dinger ja Dinger äh hole ich mir ein paar Dinger Erde also sage ich immer zu allen Dinger naja es gibt welche die immer sagen willkommen zu einem kleinen neuen Video zu einem kleinen immer ein kleines naja dann sage ich immer das okay hole ich mir noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Dinger Dinger ich hab schon wieder gesagt nein Scherz das war jetzt extra so das müsste gleich aber auch mal irgendwann reichen ja es das sollte erst mal reichen so fülle ich das ja erst mal wieder auf ah die Arbeit ruft erst die Arbeit dann das Vergebnis ihr kennt das ja ist das eine Ebene zu hoch oh das war jetzt unschön geplant das wollte ich eigentlich nicht so haben dann muss ich aber dann müssen wir umplanen dann muss ich die Tür einen höher setzen das heißt zack zack boah dann hab ich oh fick dich scheiß regen da gibt es auch eben einen Comment um den abzustellen aber den kenne ich im Moment nicht ähm wieso fliegen mir plötzlich diese Punkte dazu keine ahnung komisch naja egal ähm machen wir hier auch wieder Erde hin so jetzt 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 passt es nämlich so und gleich sehen wir da was schönes hin sind das Samen für ähm boah sind das Samen für Rasen oder weiß ich nicht aber ich glaube schon ich glaube schon die könnte ich gleich da einsehen wo weil ich hab da ja oh and the man and the man oh hallo süßes geschöpft naja der verpisse ich sowieso eigentlich kann hä spinnt mein PC ich wollte gerade sagen die können einem ja nicht so viel tun aber aber denkst wurde von and the man erschlagen okay so jetzt oh er ist weg wenn er nicht wieder reinkommt so oh schnell die Tür zu naja das nützt uns sowieso nicht viel wenn hier offen ist oh scheiße er ist wird nacht naja Bett hab ich hier ähm bauen wir weiter ähm so ähm muss ich jetzt noch draußen gehen und Holz abklappen naja drei hab ich noch ähm mhm nein setz ich nicht da hin da kann ich auch wieder Erde hinsetzen und was einsehen ja ich sollte mal mit dem einsehen beginnen könnte ich mal jetzt irgendwie okay sind leider nur neun Samen ich glaube die wie kann ich die da einsehen OMG Muss ich die da hinschmeißen oder was? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das muss man irgendwie mit Wasser verdünnen. Also so gut kenn ich mich nun auch nicht in meinem Kraft aus. Aber sei es drum. Wow, Creeper. Von diesen Babys halte ich mich erstmal fern. Sonst könnte es mein Haus wieder explodieren. Na toll, es ist Nacht. Und ich hab kein Holz, sonst könnte ich ja das zu bauen da. Aber ja, hallo Hühnchen. Ja, scheiß Wetter. Ich hasse es immer, wenn es regnet. Es ist immer so, naja, sagen wir nicht gruselig, aber... Nicht direkt gruselig, aber... Ich find's etwas blöd. Und wenn es auch noch Nacht ist. Okay, steigern wir das Risiko und gehen raus. Vielleicht Schwert mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ein Holzschwert... Ähm, Holzschwert, Holzschwert, Creeper, Creeper, Creeper. Hat der mich gesehen? Hat der mich zum Glück nicht gesehen. Boah, ich dursel. Wieso benutze ich nicht einfach mein Bett? Hallo? Hier, guckt mal. Wie viel Mal, wie viel Mal ich schon von Enderman, äh, von Monstern erschlagen wurde. Boah, es ist immer noch jesig. Kann ich nicht rain off oder so? Ist jetzt der Regen. Naja, es regnet nicht mal. Kann ich denn rain on oder so? Nee. Keine Ahnung. Der heißt irgendwie anders. Hab ich mal in so einem Let's Play irgendwie gesehen. Ähm. Nun, ja. Ähm. Naja, nehmen wir einen Holzschwert. Ähm. Nein. Oder wir lassen es da. Eigentlich reicht das mit so einem normalen... Boah. Creeper, Creeper. Okay, ähm. Wir könnten ihn explodieren lassen. Dann ist es keine Gefahr mehr für uns. Und tschüss. Creeper. Oh, wieso verbrennt der da nicht? Ja, weil es jesig ist. Ich weiß. Ähm. Holen wir uns Holz und bauen mein Haus zu. Sollen wir es mit hellen oder dunklen? Na ja, mal zur Abwechslung. Na ja, mal zur Abwechslung. Ein bisschen hell wieder rein. Ist nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus. Okay, davon kriege ich jetzt 16. Na ja, kloppe ich erst mal diesen Baum ab. Für jedes Holz kriege ich ja vier verarbeite Hölzer. So. Ähm. Ja. Erde. Erde. Habe ich nicht mehr Erde? Na ja, nicht so schlimm. Da würde ich erst mal mit Erde zumachen. Dann verbrauche ich nämlich nicht so viel. So viel Holz. Das ist gut, also. Oh ja, und zwischendurch kriegen wir auch mal wieder ein paar Samen. In manchen Gräsern verstecken sich nämlich Samen, wenn man da mal... Ah ja, und da haben sich Samen versteckt. Und damit kann ich wieder neues Gräs... Und damit kann ich wieder neues Gras... Erschaffen sozusagen. Ich würde so... Ich würde so... Na ja, machen wir mal 30. Ja, 30 reichen erst mal. Ja, und wieder ein paar Samen. Und zwischendurch mal ein paar Gräser abhauen. Also Samen sind jetzt gerade nicht so super wichtig, aber man kann sie schon gebrauchen mal. Oh. Ich glaube, ganz wird das... Naja, ne, ich glaube, das kommt nicht, ganz kommt das nicht hin. Oh ja, genau perfekt. Das hat ja mal gepasst. Oh, die ist kein Einzelhalten am Haus, so ist jetzt von, ja, puh, dann ist endlich wieder mein Haus fertig, ja, ich weiß, ja, jetzt ist es hier ganz dunkel, ich könnte mal, ähm, ein Glas besorgen, dafür brauche ich aber einen Ofen, 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 den Ofen, ja, ich brauche einen Ofen, und für einen Ofen brauche ich Stein. Vielleicht machen wir das im nächsten Let's Play, vielleicht, ähm, bauen wir uns dann einen Ofen, oder machen wir jetzt schnell, machen wir es jetzt schnell. Oh, wie lange dauert das? Das dauert voll lange, irgendwie. Bis ich hier mal... Oder ich hole Kies, und das kann ich ja auch irgendwie im Ofen zum Stein, glaube ich, machen. Kies oder Stein? Ich glaube, das ist Kies. Nein, das war Stein. Boah, vorher hatte ich doch irgendwie mal Kies gefunden. Aus Kies, ähm, kann ich mir doch auch noch... Nein, ich glaube... Ähm, wo ich hole mir mein Schwert, kann... Ich glaube, damit kann ich, kann ich, ähm, Stein und Kies und so... Wieso ist da so noch? Achso, da habe ich mal irgendwann... Ich glaube, das war im letzten Let's Play, habe ich da mal, ähm, irgendwas gesucht. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, auch noch Stein oder Kies. Ähm, nun ja. Wie dem auch sei. Hä? Ich habe das doch... Ja, schon gut. Juhu! Super Sprint! So. Söchen. So. So. Braucht man dafür... Boah. Hier ist Kies. Nein. So. 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 Eisen muss ich aber glaube ich mit Stein, ähm, Steinschwert oder Spitzhacke oder so. Ist da ne Monster? Ja. Ich glaube so ein Skelett ist da auch dran. Yo. Hab genau recht. Ich verkrieche mich erst mal auf dem Dach. Boah. Die müssen da doch mal... Irgendwann müssen sie da ja mal rauskommen. Wenn ich Glück habe und wenn ich Pech habe, bleiben sie da drin. Wie kommen aber um Gottes Willen diese Monster immer da rein? Also das begreife ich einfach nicht. Ich habe doch die Tür jetzt zugemacht. Ich hatte die doch eben... Ich hatte die doch eben zu. Ja, hatte ich. So. Zum Glück habe ich ein Schwert dabei. Spinne ist tot. Und... Keine Ahnung wo das Schießding hin ist. Aber... Meines Zweck ist es gut. So. Ähm... Die Blumen sind recht unnütz. Das... Boah. Ich sollte mir mal... Ja. Ich sollte mir mal eine zweite... ähm... Truhe machen. So. So. Die Truhe kann ruhig hier doch mit hin. So. Jetzt habe ich eine große Truhe. Ach. Will ich doch gar nicht. Ich will... Ja. Hätte ich jetzt sowieso für das... Ähm... Birkenholz... Hätte ich jetzt sowieso gebraucht. Eine große Truhe. Also ist das schon gut überlegt. Ähm... Okay. Momentan noch keine Monster zu sehen. Und wir schlafen mal eine Runde. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in deinem... Wo? 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 Achso. Es kann sein, dass sie auf dem Dach sind. Das... Ähm... Ist manchmal so. Oh ja. Ein Creeper, Creeper, Creeper. Oh. 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 Das kann ja noch... Immer noch. Ja. Okay. Gut. Es ist wieder Tag. Es sind aber noch nicht alle Monster gestorben. Guck, da ist noch ein Creeper. Creeper sind doch... Ja, Creeper sind auch tags da. Ein Zombie verbrennt da gerade. Und noch was anderes kann ich jetzt nicht erkennen. So, ähm... Jetzt muss ich derbe aufpassen, weil... Ich bin ja im Normalmodus und viele Creeper sind jetzt da. Und das kann ja noch... Rosig werden. Naja, kann er ruhig da explodieren. Okay, hallo. Tschüss. Oh. Der hätte mich fast mitgerissen. Ui, jei, 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 jei. Jetzt habe ich nur noch ein halbes Herzchen. Könnte mal gleich auch mal was fressen. Das spare ich mir immer bis zum letzten Moment irgendwie auf. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ähm, naja, esse ich jetzt mal was. Ähm, wir haben zur Auswahl. Rohes Rindfleisch, verrottetes Fleisch oder Leder oder verrottetes Fleisch. Das Schlechteste zuerst, also nehmen wir verrottetes Fleisch. Oh, mir ist gar nicht übel geworden. Ähm, hört man gerade auf. Sonst kommen ja immer so Blasen und so. Ich glaube, das ist jetzt... Wenn, ähm, ähm, äh, ich erst zwei verrottete Fleischdings esse. Ich könnte mir auch, ähm, von dem rohen Rindfleisch ein Steak machen. Aber ich habe ja leider noch keinen Grill oder Ofen. Ähm, ich weiß zwar, wie man sich einen Ofen craftet. Natürlich wie eine Truhe nur aus Stein. Nur, ich weiß nicht, wie man diese scheiß Stein abkriegt. Ich glaube, man braucht dafür Stein und so. Ähm, Steinachst und so. Oh, noch ein Gruper. Naja, kann er mir nichts mehr tun. Ähm, explodier hier. Stier! Oh. Das war ja noch... Oh, Kohle, 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 Kohle. Oh, und hier habe ich ja auch gleich mal... ...Kims. Ich glaube, daraus kann ich mir auch den Ofen irgendwie machen. Hol ich mir erstmal Kies. So. ... ... ... So, das ist so toll. Das sollte reichen. So. Was war da? Achso, wieder mein schönes gegrabenes Loch. Ach. Hä? Den muss man auf Stein machen, aber ich weiß nicht, wie man da Stein abbricht. Naja, ist egal. Jetzt habe ich Feuerstein hier noch. Das hat mir der schöne Creeper gezeigt. Oder der hässliche Creeper besser gesagt. Der grässliche Creeper. So. Aber wir wollen uns natürlich noch ein paar Events auch für die nächste Folge, für den nächsten Part zurückhalten. Und deswegen sage ich jetzt auch schon, tschau, bis bald, euer Disco 100 Pogo. Ähm. In welchem Teil? Ah ja. Bis zum fünften Teil. Nächstes Mal. Und ja. Ich sage tschau, bis bald. Tschau. Tschau.